Salut les amis sportifs! Hallo liebe Sportfreunde! Im Moment befinde ich mich gerade in Frankreich, wo ich meine französische Mannschaft, den TSB Valenciennes, auf der Ponte Jagd in der französischen National-Unden-Unterstation. Witzigerweise ist diese Spielstätte in direkter Nachbarschaft des heimischen Fußball-Zweitligisten. Ein kurzer Schreck darauf. Wieder zurück zu mir. Was ich persönlich als tolle Werbung für beide Sportarten empfinde und für mich auch ein idealer Ankunftsrund auf das letzte Video von Jennifer Kramer darstellt. Und apropos Werbung für überhaupt eine Sportart. Wenn ihr wissen möchtet, was in der Region Waldeck-Frankenberg so abgeht, dann schaut doch mal auf die Facebook-Seite von Sportfotos und Videos Waldeck-Frankenberg. Die beiden Macher, Jens Kaliske und Christian Depin, freuen sich denke ich auch über ein Gefängnis. Natürlich findet ihr mich auch im Netz, aber wenn ihr mich mal aus nächster Nähe sehen möchtet, in Aktion, so kommt doch vorbei. Nächste Woche, Samstag, 20.12. spiele ich mit meiner deutschen Mannschaft, den Black & Bright Racket-Club Worms, in Marburg gegen die Squash-Frasche. Los geht es, dort um 14 Uhr. Ansonsten wünsche ich euch ein schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr und bis demnächst.